Die Organisation für Menschen mit Behinderung, Solidarity Against Disability Discrimination, SADD, hat ihre Proteste in der U-Bahn nach zwei Monaten wieder aufgenommen. Für das Mobilitätsrecht der Menschen mit Behinderung forderte die Organisation die Stadtverwaltung von Seoul auf, sich auf Gespräche einzulassen. SADD hat im Januar die U-Bahn-Proteste eingestellt und nahm sie nun nach 62 Tagen wieder auf. Nach einer Pressekonferenz am Donnerstagvormittag an einem Bahnsteig des U-Bahn-Hofs Rathaus der Linie 1 in Seoul versuchten Aktivisten der Organisation in die U-Bahn einzusteigen. Dies scheiterte jedoch, weil die Polizei sie daran hinderte. Jedoch hatten die Züge der U-Bahn-Linie deswegen etwa vier Minuten Verspätung. Die Organisation veranstaltete gegen 11 Uhr im U-Bahn-Hof Rathaus eine Versammlung und setzte die Demonstration fort. Sie kündigte eine zweitägige Demonstration an, damit sich Sohls Bürgermeister Ose Hun an den Verhandlungstisch setzt. Die Stadtverwaltung vertritt die Position, es sei ihre Pflicht, die Durchführung der Projekte für Menschen mit Behinderung zu überprüfen. Dies richte sich aber nicht gegen die SADD, hieß es angesichts des Widerstands der Organisation, gegen eine angekündigte Untersuchung von geförderten Wohn- und Beschäftigungsprojekten für Menschen mit Behinderung. Die Stadtregierung betonte auch, dass die U-Bahn unter keinen Umständen stoppen dürfe. Beide Seiten weisen nicht nur hinsichtlich des Budgets für das Mobilitätsrecht der Menschen mit Behinderung, sondern auch in Bezug auf die Deinstitutionalisierung, nämlich den Auszug solcher Menschen aus Einrichtungen Meinungsunterschiede auf. Die Z-Bahn innen geüftchen werden sich relativ schnell nicht weiterforscht. Das ist das Teuhe zu tun. Und wie das heißt, eben noch nicht nur die Z-Bahn durch Ihren halten. Vielen Dank.